Yo, hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part von eure Custom Level in Super Mario Flash. Ja, mir wurde endlich mal wieder ein Code geschickt. Der letzte Code, das letzte Video, es war am 2. Januar, ist also schon etwas her. Diesmal ein Level von Trevor, hey, Link findet ihr in der Beschreibung. Er hat mir noch ein zweites Level gemacht, nochmal danke dafür. Das kommt allerdings morgen, denn heute kommt noch ein Video. Ja, eigentlich startet heute ein neues Let's Play. Ihr könnt ja mal gespannt sein, was das ist. Aber ich zeug jetzt ein Level, das heißt Trees, ist jetzt komplett blind, ich hab keine Ahnung. Ah, okay, warte, wie ging die Steuerung nochmal? Ah, okay, ich muss wieder reinkommen. Ah, okay. Ganz viele Blumen. Komm ich da hoch? Bestimmt, nein, dann nicht. Aber so geht's auch, ja, genau. Äh, ach du. Asi, das geht doch nicht. Was? Das war's? Lol. Das hatten wir noch nie, dass er weiterrennen kann. Also, dass er weiterrennen kann, finde ich cool. Allerdings war da kein Boden. Ja, da war kein Boden. Und das Level weiß ich auch nicht wirklich innen von. Hier, äh. Ja. War jetzt keine... War jetzt kein wirklich gutes Level. Ähm. Dieser einen Sprung da war unmachbar. Also man musste halt ein Item nehmen, um den zu schaffen. Ja, insgesamt kriegt das Level eine Wertung von 30%. Dann, bis zum nächsten Video, Leute. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.